Hallo Leute, der Xhumid hier wieder mit einer neuen Folge Sonntag Primal. Jawohl, eine neue Folge. Denn kurz mal zur ernsten Sache dieses Spiels. Es gab ja am 10. Januar 2017 ein Patch. Die Entwickler haben gesagt, okay, wir haben hier Probleme in dem Spiel entdeckt und die Community möchte die Boom haben und wir werden es machen. Überraschenderweise ging das dann recht fix, dass sie ein Patch rausgebracht haben. Das Problem nur war mit diesem Patch, dass es einfach nicht funktioniert hat. Bei mir wurde das Spiel gepatcht, aber halt nicht richtig, weil der Download immer abgebrochen ist. So, das war das eine. Dann haben sie da irgendwie noch was rumgeändert und gefixt und da konnte man den Patch zwar runterladen, aber dann gab es immer einen Festplattenschreibfehler. Und ich denke mir so, okay, das kann irgendwie nicht sein. Und das kam halt immer wieder und es konnte nicht abgebrochen werden, beziehungsweise es brach halt immer ab und keine Ahnung. Es ging halt nicht zu patchen, das Spiel. Und ich habe dann halt mich ein bisschen Wut anbrannt da im Forum geäußert dazu, weil man kennt ja die Entwicklung des Spiels und so weiter. Und die ist ja noch lange nicht alles fertig im Spiel. Hätte mich also nicht gewundert, dass das halt an dem Patch lag. Ich konnte es halt nicht spielen. So, ich habe das Spiel dann deinstalliert und nochmal neu runterladen und auf einer anderen Partition der Festplatte installiert, beziehungsweise auf einer ganz anderen Festplatte. Und dann ist ja auch mit dem Download irgendwie hängen geblieben. Dann habe ich das nochmal deinstalliert, nochmal neu runtergeladen, dann war es wieder halb drauf. Nur halt kurz vorm Ende des 3GB-Spiels, Installation, bricht halt immer wieder der Download ab und ist halt nicht fertig, die Installation, weil immer ein Festplatte Schreibfehler ist. Und ich denke mir die ganze Zeit mal, was ist das für ein Mist, ja? Was haben die Erwäcker da für Müll gebaut? Und dann schrieb dann irgendjemand im Forum, irgendwie sein Antivirus-Programm hätte da ein Generic Barkey bla 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 gefunden. Also irgendwas, Schadsoftware, wie auch immer. Das finde ich halt schon sehr merkwürdig, weil der Launcher ist ja im Prinzip nur die extra Datei, die wahrscheinlich den Kuppyschatz entfernt hat. Das ist ja heutzutage öfter so, dass die dann so 20 Megabyte groß sind. Und ja, das waren halt oben halt so die 14, 15, 16 Megabyte. Und dann dachte ich mir, komm, guckst du doch mal in mein Antivirus-Programm. Vielleicht hat das Ding ja... Oh, ich bin gerade umzingelt von Trezertops. Vielleicht hat das Ding ja was geblockt. Und siehe da, es hat was geblockt. Und ja, da habe ich einfach die Datei wiederhergestellt, wiederhergestellt. Und dann ging der Download weiter. Und die Installation wurde erfolgreich beendet. Und wie ihr sehen könnt, ich bin im Spiel drin. Ja, es ist unfassbar. Auf die Lösung muss man da auch erstmal kommen, ja. Mit installieren, deinstallieren, okay, so. Problem gelöst, weil ansonsten hätte ich gesagt, komm Leute, Santa Primal wird es dann wohl keine Folgen mehr geben. Weil wenn das Spiel nicht einfach nichts zu installieren geht, dann ist das halt einfach so. Kann ich dann halt nicht ändern. Aber Gott sei Dank habe ich dann doch irgendwie die Lösung gefunden selber. Aber darauf muss man ja erstmal kommen, ja. Das Ding ist halt... Oh, ich habe ein PDA. Yeah, ich habe ein PDA. Aber was habe ich nicht? Es ist alles weg. Das ganze Inventar, was ich letztens noch hatte, zwei Shotguns und Haietränke, bla bla bla, ist alles weg. Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich mein Geld und den Level behalten. So, eins ist Kleidung habe ich drin. Aber keine Ausrüstung. Das heißt, wir laufen darüber zur Basis und holen uns erstmal ein bisschen Ausrüstung. So, das war jetzt natürlich ein bisschen längere Einleitung, aber das musste leider sein. Tief durchatmen. Ja. Naja, also die haben halt nochmal in einem Patch nachgereicht, haben dann noch irgendwelche Sachen kurz noch irgendwas editiert oder so. Oh, hier ist noch ein Rex. Scheiße, ich habe schon einen zweiten Rex. Einmal da vorne im Sumpf. Und jetzt hier bei der Basis auch noch einer. Ja, da ist er ja schon. Gucken, ob ich überhaupt zur Basis komme und ich gleich schon wieder sterbe. Wohin sollte ich eigentlich schaffen. Problem ist nur, der steht jetzt genau auf der Basis. Wie geht es denn so? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du magst mich nicht, ja. Und tschüss. So, wo sind denn die Dinger hier? Die Kissen. Die sind alle da drüben. Lalalala. Ich werde auf der Marschneim rüber. Egal, wir nehmen alles mit. Kamponbogen und Pfeile. Ist ja schon mal nicht schlecht von Anfang. Und Shotgun mit 10 Schuss. Super. Dann können wir ja versuchen, die T-Rex zu killen direkt. Wenn er nämlich schon wieder abhauen würde. Gehen wir mal hier oben durch. Ach, da ist er. Hallöchen. Dass die sich auch immer umdrehen müssen. Hey, du Pappnase. Bestimmt, Nachleim sollten wir vielleicht auch mal machen. Wäre vielleicht mal eine Idee. Okay, geile Scheiße. Der ist tot. Jawohl. Töder T-Rex. Was sagst du dazu? Hä? Was sagst du dazu? Geil, wa? Drei Schuss. Zwei Mal Herz und er ist tot. 2.154,1 Score. Gewicht 6.262,8 Kilogramm. Also wenn das nicht ein guter Auftakt ist, dann weiß ich auch nicht. Da kann man doch nicht meckern, was? Ach, herrlich. Den ganzen Tag heute diesen Stress mit diesem Spiel und dann naja, wenigstens noch kleine Belohnung heute hier. Komm, stell dich mal hin, brauche ein Foto. Kann gar nicht mehr weiter raussuchen. Moin. Moin. The Hunter Update. Ich muss nochmal, was? Robin ist online. Nachts um drei. Ja, ich bin noch nachts um drei wach. Äh, heute mal ausnahmsweise. Das sieht aus wie der Sende. Muss ja gerade kacken oder pinkeln. Äh, na komm. So, Screenshot. Da gucken wir doch mal, was der Robin möchte. Äh, okay. Dann stoßen sie mal zu mir. Kommt der Robin also auch noch online? Ja, dann kann ich euch gar nicht enttäuschen. Ist ja, ist ja Mist, Mensch, Leute. Und ich dachte schon, ich könnte sagen, aus die Maus mit Let's Play. Hunter Primal gibt's nicht mehr. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Wo der andere Tierx ist scheinbar hier irgendwie hergekommen. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Tritzel. Hops, nee. Hört sich schon an, als wenn der voll in der Nähe ist. Aber ich könnte wetten, der ist irgendwo im Sumpf. Man hört die Geräusche immer so ewig weit. Ach nee, da ist er ja schon. Kurz mal Stamina regulieren. Er hat mich schon wieder entdeckt. Na gut, ist ja klar. Ich hab ja keine Tarnkleidung an. Ich würd sagen, es läuft, Leute. T-Rex Nummer 2 innerhalb von ein paar Minuten. Also besser geht's ja gar nicht. So. Das ist aber nur ein kleiner gewesen. Auch wieder zweimal Herz getroffen. Mensch, ich werd hier noch recht zum T-Rex-Killer. Trophy-Shot. Ging ja Ratze-Fatze heute hier. Mal gucken, ob ich den irgendwie... Will er mich fressen? Hat der Hunger? Nein, ich möchte keine Banane. Das wird lustig. Hör auf zu wackeln. Ist ja gut. Ich stecke die Kno drin eben, als wenn er mich gefressen hat. Das ist doch cool. Jawohl, T-Rex Nummer 2 und nicht einmal gestorben. Wir sind der absolute T-Rex Killer. Machen wir gleich mal ein Screenshot hier. Machen wir schon ein Vorschaubild heute. So, ich würde sagen, wir machen dann eine kurze Unterbrechung. Ich müsste dann mal auf den Desktop gehen. Dann gucken wir mal. Ja, guten Abend. Morgen, was auch immer. So, wir sind wieder im Spiel. Du bist live. Ohohoho. Sag was. Oh, ich bin schon ganz... Da fahre ich doch gar nicht, was ich sagen soll. Dann sag halt nix. Wer die Klappe. Gut, gut. Damit kann ich mich arrangieren. So, jetzt müsste ich ja eigentlich dir das Ganze nochmal erzählen, was ich grad schon meinen Zuschauern hier erzählt hab. Glaub's ja nicht. Ich hab mir grad mal fix die Patch-Notes durchgelesen. Hast du dir auch mal in den netten Kommentaren in den Patch-Notes durchgelesen? Nee. Nee? Ich hab nur ein paar Kommentare kurz überflogen und dachte mir so... Hä? Ja. Also, ich hab heute irgendwie den ganzen Tag mit dem Spiel verbracht und bin am Verzweifeln gewesen. Weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, das Spiel lässt sich nicht mehr starten, nicht mehr spielen, es geht nicht abzudaten, es geht nicht zu downloaden, zu reinstallen und... Oh, ey. Ich hab, glaub ich, das Spiel dreimal neu installiert heute. Das klingt ja richtig, äh... Naja, es gab halt nen Patch. So. Der wurde aber nicht richtig runtergeladen. Damit fängt der dann zu Spaß an. Und... Ja. Dann gab's halt verschiedenste Fehlermeldungen. Unter anderem halt, dann hatte ich dann irgendwann mal, äh... Fest-Button-Schreibfehler. Hä? Wie? Schreibfehler. Meine Festplatte kaputt, dachte ich erst. Weil ich mein, alle Spiele laufen, äh... Installationen laufen auch von dem Laufwerk aus, also... Das kann's daran ja nicht liegen irgendwie, was soll das, ja? So. Dann hab ich gedacht, okay, dann drückst du halt nochmal auf den Download-Button, äh... Legt der wieder runter, bricht wieder ab. Auf weggelegt, immer das gleiche. Endlos-Loop. Ging nicht. Denken wir so, das gibt's doch nicht. Und... Ja, was soll ich sagen, hab ich dann, äh... Ein bisschen, äh... Ein bisschen, so, Kommentare geschrieben, und... Ein bisschen an... Genervt. Dass das Spiel halt nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Und dachte halt, die Entwickler haben wieder scheiße gebaut. Und vor allem, da ich auch nicht der Einzelne war mit dem Problem, dachte ich, okay, das kann ja nicht an mir liegen. Und... Dann dachte ich, das gibt's nicht, irgendwas soll ich jetzt machen halt, ne? Und mir gestöbert, so... Meinst du denn, der, der Evi-Stefan da, der immer mal wieder einen Kommentar geschrieben hat? Irgendwie Updates und so? Der hat mal auf irgendeinen Kommentar reagiert? Also nicht auf Main, zumindest. Nö. Hat ihn nicht interessiert. Obwohl ich geschrieben hab, der Fehler, äh... Bitte um Lösung, weil, äh... Keine Ahnung, das Spiel läuft nicht so. Gab's keine Antwort, dann hat der auch den Spieler mal geschrieben, ähm... Mach ganz eine Weile halt. Äh... Er hätte irgendwie beim Downloaden des Patches dann eine Virenwarnung erhalten. Mhm. Ja. So Keygen, AZ, bla, irgendwas halt, ne? Keygenerator und... Äh... Ja, so. Hat er gesagt, komm hier und spiel den installiert und tschüss. Kann man nachvollziehen halt, ne? Ein wenig? Ja. Wenn der Entwickler da irgendwas veröffentlicht und man nicht genau weiß, äh... Was soll das? Und ich dachte mir so... Ich mein, gut, ich hab auch ne Anti-Viren-Software drauf halt. Aber... Ne, kann's ja nicht sein. Ich mein, warum sollte das so sein, ne? Fest-Button-Schreibfehler... Wie kann das damit zusammenhängen? Naja. Hab halt stundenlang rumprobiert und hier und da anderes Laufwerk, die das Spiel installiert. Und es ging auch wieder nicht. Dann hat er da wieder irgendwie eine fehlerhafte Datei. Dann hab ich gedacht, ja komm, fehlerhafte Datei neu einfordern. Dann hat er wieder runtergeladen. Dann ist er aber wieder abgebrochen beim Downloaden. Ich denke so, jetzt gibt's nicht. Das hört nicht auf, ja. Und... Dann hab ich grade eben erst noch mal probiert, so dachte so, naja komm... Guckst du doch einfach mal im Anti-Viren-Programm nach. Vielleicht servat hier blockt. Ja. Das ist hier da. Das ist das Wissen. Das war genau die Launch-Hatter-Teile. Oh Mann. So, da hab ich das Ganze dann halt wieder hergestellt. Auch weil es eventuell ein Sicherheitsrisiko sein könnte. Und dann hab ich den Download wieder angeschmissen. Dann hat er das Spiel zu Ende geladen und war fertig. Ich denk mir nur so, ja. Das hätte ich auch mal sechs Stunden Feuer wissen können, ne. Ja. Ja. Ganz grandios, ja. Große Kino. Okay. So. Das nächste Ding war halt, dass viele Leute geschrieben haben, ja, Spiel gestartet und Level 1. Und keine Auslösung. Und alles Geld weg. Da dachte ich mir auch schon so, nein, danke, möchte ich nicht haben. Wahrscheinlich. Ich mein, gut, ich, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich den Sauren abgebissen, wenn ich das Spiel generell irgendwie noch funktioniert hätte. Da hätte ich gesagt, okay, scheiß drauf. Man kann's ja spielen. Lässt sich ja irgendwie wieder in 400 Stunden wieder erreichen, der Level. Aber, so wirklich spielen wollte ich's nicht so unter diesen Umständen, weil das ja nicht der Einzelkommentar wäre. Ja. Und, ähm, dachte ich so, oh Mann, ey, wenn ich jetzt alles manuell lösche, halt, und, und, und. Äh? Weil die haben ja gesagt, dass die Savegames ab sofort halt auf dem Rechner lokal gespeichert werden und halt nicht mehr online. Ja, ne. Ja, nicht lokal, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, eher von Steam. Ja, auch. Du kannst es in der Steam Cloud halt auch irgendwie speichern lassen. Aber halt auch halt lokal eigentlich. Denn, die Entwickler haben im Rufzeit spiel mich offensichtlich keinen Bock mehr. Ja. Tja, sonst würden sie's, ja. Ja. Das ist quasi ein Offline-Patch. Ja, eben, ist für die halt einfach weniger, äh, Serverbelastung. Wenn das alles lokal gespeichert wird. Wenn man sich das mal recht überlegt. Ja, auch generell. Die unterstützen das Spiel mit Sicherheit nicht mehr. Weil, sonst hätte man keinen Offline-Patch rausgebracht. Ne? Hm. Das ist der einzige Sinn dahinter. Die haben keinen Bock mehr auf das Spiel und fangen sich, jo. Ihr habt da ein Offline, könntet Offline spielen und dann, naja. Ja. Zumindest das Spiel funktioniert wieder. Ich hatte keine Startausrüstung. Ich hab mein Level noch und ich hab mein Geld. Das ist alles, was zählt. Naja. Ich hab schon damit gerechnet, eigentlich anzukündigen zu müssen, äh, auf meinem Channel hier, äh, kein Let's Play mehr von Sander Primal. Da haben die Leute nochmal Schwein gehabt. Die drei Leute, die da zogen. Netterweise. Ja. So, jetzt geh ich nochmal rüber zur Basis. Ah, und das... Habst du Probleme beim Downloaden irgendwie im Spiel? Ne, ne, es gab ja dann einen zweiten Patch, der den ersten... Deswegen, äh, ich hab ja jetzt quasi direkt den richtigen Patch sozusagen runtergeladen. Und daher eigentlich jetzt keine Probleme außer, ähm, der hat mir im Launcher gesagt, dass es auf ihrem Reganisch gestellt sein soll. Das bei mir auch. Ähm, und das ist, das ist das Schlimmste an der Sache, also, äh, was ich bis jetzt sozusagen feststelle, ähm, also ich hab das natürlich auf Deutsch gestartet. Ja, also, äh, genau, absoluter Mischmasch. Und zwar von Deutsch und Englisch. Also hier steht, ähm, äh, you inflicted bla 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 damage, aber Snakebite erbeutet die Zeratops. Das ist halt super. Da steht auch drinne, wenn du, in meinem Inventar, hier steht Ausrüstung und Clothing drinne. Äh? Ähm, und, ich bin gejoint und hatte irgendwie 75% Leben. Jetzt wurde, wurde ich gerade vom Vogel angefallen und hab mehr Leben als vorher. Ich hab keine Ahnung, aber in dem Moment, wo der mich angegriffen hat, hab ich ihn erschossen. Aber hab mehr Leben als vorher. Kapier ich zwar nicht, ist aber so. Okay. Ja, und dann natürlich das mit dem, mit dem Gewichtslimit, dass er das dann fährt, haben wir es irgendwie ein bisschen behindert, aber... Ja, gut, da haben viele halt sich drüber mockiert halt damals, äh, dass man so wenig tragen kann. Ich fand's irgendwo auch halt ätzend irgendwo, aber andererseits, man hätte das ja auch lösen können, indem man halt mal einen Rucksack als Inventar Slots hinzufügt und dann hätte man dann, äh, äh, einfach mal einen neuen Rucksack finden können als Ausrüstungsgegenstand und so. Ja, oder halt einfach das Gewichtslimit erhöhen ist... Die Leute haben sich ja darüber beschwert, dass es zu niedrig ist, aber doch das, das gleich zu entfernen... Du siehst, wirst du Leute sehen, die quasi 10.000, äh, Munition von irgendwas dabei haben und so'n Blödsinn, ja. Ja, die Cheater sowieso, die haben ja... Gibt ja eben Leute, die da Cheaten in dem Game und... Die juckt das sowieso nicht, die packen sich dann jetzt ne 50 Kaliber rein und sind die anderen Waffen und 3.000 Millionen Schuss und ballern halt in den Haufen. Naja, das ist halt jetzt auch das, weil jetzt kann ich zum Beispiel... Das ist jetzt doch total behin... Also, das ist ja noch realitätsferner als sonst, weil wenn ich jetzt einfach Bock hätte, dann würde ich mir ne... Der Kaliber 50 mit 1.000 Schuss da reinpacken, ne 700er mit 1.000 Schuss, äh, vielleicht 3, 4 Shotguns, falls mal eine kaputt geht... Und das ist halt total langweilig halt das Spiel, ne? Eben, das ist, äh, deswegen, das, deswegen ist ja das... Der eigentliche Existenz des Gewichtslimits ist doch super. Ja. Weil eben, weil das ja einen gewissen Realismus mit reinbringen soll, die es kann nicht mit 500 Waffen... Das ist doch behindert, ehrlich. Naja, egal. Wie viele gesagt, die Sonnen wieder fixen, das finden sie nicht gut. Na. So. Oder dass du wenigstens irgendwas anderes davon beeinträchtigen lassen, wie... So nach dem Motto, ja, okay, dann machen wir halt das Gewichtlimit auf 30 oder sowas... Oder, ich mein, das ist ja eigentlich schon fast schon zu viel, äh, finde ich persönlich. Ähm... Dann, ja, machen wir das Gewichtlimit höher, aber wenn das quasi... Je näher du am Gewichtslimit dran bist, desto langsamer läufst du... Oder, desto langsamer sind das Movement, desto schneller wird das Stamina verbraucht und sowas... Äh... Schneevermesser quasi. Ja. So. Ähm... Wir machen an dieser Stelle immer ne Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Wenn es wie Eisjagd auf Dinosaurier mit Amex Humid. Und... Ja. Dem Typ da vielleicht auch hin, wenn er dann mal da ist. Ja.